Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Monitor am besten abfilmen könnt. Hierbei entstehen viele lästige Probleme. Das bekannteste ist wahrscheinlich das Bildflackern. Wenn ihr eine Kamera auf einen Monitor ausrichtet, habt ihr dann meistens diese Zeilenversätze oder dieses Bildflackern. Das ist das Hauptproblem. Des Weiteren haben wir ein Problem mit der Belichtung und andere Probleme. Um das zu lösen, möchte ich euch einfach hier zeigen, wie ihr das am besten anstellt. Wir haben hier einen x-beliebigen Monitor, auf dem wir ein Bild haben und dieses möchte ich jetzt mit der Kamera abfilmen. Als erstes möchte ich euch hier empfehlen, das Umgebungslicht so gering wie möglich zu halten, sofern das möglich ist. Verwendet auch bitte keine Zusatzscheinwerfer, denn das führt zu Reflektionen. Haben wir aber nun die Kamera auf den Monitor ausgerichtet, kommt aber zuerst gleich das heftigste Problem, dieses Flimmern. Das Flimmern hat was damit zu tun, dass der Monitor eine gewisse Bildaufbaurate hat und diese Bildwiederhol- oder Bildaufbaurate beißt sich mit eurer Bildwiederholrate in der Kamera. Also würde ich hier als erstes an die Kamera gehen und die Verschlusszeit, das heißt euren Shutter, etwas regulieren. Das heißt, wir wählen im Menü der Kamera den Shutter, die Verschlusszeit, drehen diese etwas herunter oder etwas herauf, bis wir ein angenehmes, flackerfreies Bild haben. Bitte unterschreitet hier nicht eine Verschlusszeit von 30 Bildern pro Sekunde oder wenigstens 50 Bilder pro Sekunde, je nachdem mit wie viel FPS oder Frames pro Sekunde ihr aufnehmt. Und somit seid ihr dann auch auf der sicheren Seite, dass ihr auch schöne flüssige Bilder aufzeichnen könnt. Nun haben wir die Kamera auf den Monitor ausgerichtet, das Flackern ist beseitigt. Als nächstes kommt das Problem mit der Belichtung. Auf dem Monitor kann es zu stärkeren Lichtwechseln kommen. Das heißt, wir haben ein sehr helles Bild, wir haben ein sehr dunkles Bild. Hierfür empfiehlt sich auf jeden Fall an eurer Kamera eine feste Blende zu wählen. Was ihr hier für eine Blende wählt, das überlasse ich mal euch. Wählt hier bitte nicht eine zu weit offene Blende und auch nicht eine zu weit geschlossene Blende. Ich empfehle hier meistens eine Blende zwischen F3,5 und F8. Irgendwas in dieser Richtung wird auf jeden Fall funktionieren. Haben wir nun die Blende fest eingestellt, kommen wir zu unserem ISO-Wert. Wählt hier einen ziemlich niedrigen ISO-Wert. Ich empfehle irgendwas zwischen ISO 100 und ISO 800. Das hat aber was mit eurer Kamera zu tun. Somit vermeidet ihr starkes Bildrauschen. Das liegt, wie gesagt, an eurer Kamera. Es gibt Kameras, die können in höheren ISO-Bereichen auch noch gute Bilder erzeugen. Viele Kameras können das nicht. Also empfehle ich euch hier meistens einen ISO-Wert, so um die 100 bis 400. Im Spitzenfall vielleicht ISO 800. Habt ihr diese ganzen Einstellmöglichkeiten an eurer Kamera nicht, habt ihr aber meistens eine Möglichkeit, die Belichtung an der Kamera einzustellen. Hiermit könnt ihr auch noch viel am Bild retten. Einfach die Belichtung etwas nach unten oder etwas nach oben fahren, bis ihr ein vernünftiges Bild eingestellt habt. Das müsst ihr leider an die Situation anpassen. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ihr müsst überbelichten oder unterbelichten oder immer genau auf null belichten. Testet hier bitte genau aus, was ihr benötigt und somit könnt ihr dann auch noch mal euer Bild optimal einstellen. Und zu guter Letzt kommt nun noch unser Fokus. Schaltet bitte bei der Kamera, wenn möglich, den Autofokus aus, denn der wird euch hier sehr die Suppe versalzen. Wenn nämlich hier der Autofokus schnelle Lichtwechsel oder Bildwechsel am Monitor feststellt, kann es dazu führen, dass ihr ein sehr starkes Pumpen in der Kamera bekommt. Wählt bitte euren Fokus manuell, fokussiert das Bild schön scharf aus und somit habt ihr ein schön eingestelltes Bild und könnt nun mit euren Videofilmaufnahmen, euren Abfilmaufnahmen beginnen. Dieses gilt natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel einen Beamer oder ein an die Wand geworfenes Bild abfilmen wollt, irgendwelche Großleimwände abfilmen wollt oder dergleichen. Hier gelten dieselben Kriterien. Bitte stellt eure Kamera, wenn möglich, komplett manuell ein. So und damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meine Videos schauen? Kein Problem. Abonniert einfach hier meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Interessiert ihr euch des Weiteren für YouTube, YouTube Hilfe oder Hilfe zu eurem Equipment oder zum Filmen allgemein? Schaut doch einfach in unserer YouTube Help Heroes Playlist nach. Dort werden regelmäßig Videos zu diesen Themen hochgeladen. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.